Detnef, jetzt haben wir schon mal das Erste, was sich glaube ich ein bisschen komisch für dich wirkt, das sind die Cosplayer hier drüben. Oh ja, wow, ich habe sowas noch nicht gesehen, dass die sich so verkleiden. Hier, die jungen Frauen, kann ich euch was fragen? Was stellt ihr da, was macht ihr? Wir sind Magazierer von Shards of War. Okay, das ist ein... Online-Game. Ein Online-Game, okay. Wow, und auf der anderen Seite geht es nämlich gleich weiter, danke. Eine Karte. Auf der anderen Seite geht es gleich weiter. Hier wird es etwas martialischer. Wow. Michi, was machen die? Keine Ahnung, es ist ein Cosplayer sozusagen. Was? Er hat gesagt, wir sind ein Cosplayer. Fühlst du dich beschützt, Detlef, oder fühlst du dich bedroht? Nein, er hat einfach keine andere Wahl jetzt. Also, wenn er was anderes sagen würde, dann müssten wir das Filmmaterial konfiszieren und sie beide waren niemals mehr gesehen. Ach, das ist ja Verfassungsschutz. Nee, so inkonsequenz sind wir dann auch nicht.